Israels Parlament hat das Ende einer Ära besiegelt. Die Knesset bestimmte am Sonntagabend mit hauchdünner Mehrheit den rechten Hardliner Naftali Bennett zum Nachfolger von Regierungschef Benjamin Netanyahu. Dieser hatte das Land zwölf Jahre lang ununterbrochen regiert. Bennett will zwei Jahre lang Regierungschef bleiben und das Amt danach an den bisherigen Oppositionsführer Yair Lapid von der liberalen Mitte-Partei Jesh Atid abgeben. Außer Jesh Atid und Bennets nationalistischer Jamina-Partei gehören dem neuen Regierungsbündnis unter anderem die linke Mehretz-Partei und die konservativ-islamische Rahmpartei an. Die ungleichen Partner brachte vor allem ihr Wunsch zusammen, den unter Korruptionsanklage stehenden Netanyahu abzulösen. Einen Wunsch, den viele Bürger Israels teilen. Wir haben die Macht, etwas zu verändern und wir sollten auf uns selbst vertrauen, um eine Veränderung zu erreichen. Und ich weiß, dass jetzt die Regierung, die neue Regierung, weiß, dass wir unsere Augen auf sie gerichtet haben. Also müssen sie gut sein, gut zu den Menschen, die sie gewählt haben. Politisch trennt die neuen Koalitionspartner vieles. Während Bennets Jamina-Partei für eine siedlerfreundliche Politik steht und die Annexion von Teilen des Westjordanlands befürwortet, treten unter anderem Mehretz und Rahm offensiv für eine verbesserte Situation für die Palästinenser ein. Unmittelbar nach dem Votum gratulierten US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzlerin Angela Merkel Bennett zu seinem neuen Amt.